Dies ist ein Mont Blanc 334,5 mit Stahlfeder und hier am Ende mit Blindkappe für den Füllmechanismus. Man kann es hier schön sehen, ein Ring hier an der Kappe, das ist die 300er-Serie, zwei Ringe an der Kappe, mehr oder weniger der gleiche Füllhalter, das ist die 200er-Serie, das ist die 200er-Serie, das ist die 300er-Serie, das ist die 200er-Serie, das ist die 300er-Serie. Und in der nächsten Linie, du kannst sie drei Ringe, das ist die Masterpiece-Serie. Das ist mehr oder weniger der Design des Mont Blancs bis 1949, when they, one moment when, when they came up with this design, they changed to other designs over the years, but returned to this classic design of 1949. Also dieses, das Design der Mont Blanc-Füller durch die 30er- und 40er-Jahre bis 1949, als man dann auf dieses Design gekommen ist. Now, let's refill this pan. We take off the blind cap. So, jetzt schnell den Füllhalter und befüllen. So, und every pan is just as good as its nib. Let's see how this one reacts to the pan, right in hand. Okay, a little bit more light. Okay. This pan reacts pretty good to the right hand. As you can see the strokes in this direction the strokes in this direction are very thin and without pressure they look like this and now with a little bit of pressure and slide we get this. So, let's finish. So, let's try and see the eliminates. So, just pull it down here and see the strength of the好了. So, let's go! So, let's go!